Jung, mit 17 habe ich mein erstes Kind bekommen, jetzt bin ich 22, bekomme mein 40es Kind. Unerfahren, ich hätte es mir leichter vorgestellt und nicht ganz so schmerzhaft. Und mitten im Leben, dass sie jetzt ein bisschen unsicher ist, kann ich verstehen. Sie ist noch sehr jung, sie kümmert sich hauptsächlich allein um ihren Sohn. Aber jetzt wird es wirklich ernst. Jetzt guckst du, was auf mich zukommt. Und danach, hier wird jungen Patienten geholfen. Tag, grüß dich. Hallo, wie geht's denn dir? Seit Monaten leidet Lea unter starken Bauchschmerzen. Wie haben Sie denn Ihre Tochter erlebt? Relativ schlecht. Dann müssen wir jetzt die nächste Runde einleiten. Ja. Teenie Witte, auf Station die Kinderklinik, neu und die Babystation. Heute ab 20.15 Uhr bei RTL 2.